It's Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeyer und Till Reines. Hey Moritz. Ja Till, was los? Ja, es heißt Zeit Abschied zu nehmen. Also ich würde glaube ich jetzt nicht mehr mit dem Nachtzug fahren. Echt nicht? Warum? Ich habe gerade geguckt, ich habe wirklich letzte Woche geguckt, ob ich mit der ganzen Familie das nächste Mal einfach mit dem Nachtzug, aber was ist denn mit diesem Nachtautozug runterballer? Ja, ich glaube mit dem Nachtautozug ist vielleicht nochmal geil. Ich habe mir das so romantisch vorgestellt, dass du da so Betten hast und so. Ja, ist auch so. Also ich bin schon häufiger mit dem Nachtzug gefahren. Jetzt bin ich mit dem Nachtzug gefahren nach Venedig mit meiner Freundin. Und das ist schon auch romantisch. Ja, genau. Ja, also das ist nochmal romantischer. Man muss aber wirklich die XXL-Kabine nehmen. Also man muss sich das Größte nehmen überhaupt. Dann ist es schon mal ein bisschen besser, weil man einigermaßen Platz hat. Also sonst, man hat halt so drei Quadratmeter oder zwei oder so. Also man ist ja so übereinander gestapelt. Das ist aber auch alles okay. Aber es ist dann so, also ich konnte jetzt gar nicht mehr schlafen. Vielleicht bin ich dem auch ein Wachsen oder so. Also es ist so, ich mag, wenn der Zug fährt. So, das wackelt dann dabei und so. Ich kann da gut bei schlafen. Ja, genau. Das meine ich doch. Ein bisschen wie rumgeschaukelt. Aber der hält dann immer an. Ja, ist wie Mutterleib. Es ist wie, ne? Es ist wie früher. Meine Mutter, die deutsche Bahn. Richtig. Die österreichische Bahn wahrscheinlich sogar. Die österreichische Bahn, genau. Es ist nur nicht. Die Österreicher machen das. Die Deutschen haben sich da schon lange von verabschiedet, weil sie gedacht haben, ja, fliegt doch einfach, ist doch geiler. Ja. Was machst du denn? Hör auf damit. Genau. So, und also das ist irgendwie, das größte Problem ist einfach, der Zug hält zu oft an. Ah, okay. Weil der so einen Güterverkehr los vorlässt oder was. Weil ich meine, der hält ja nicht an und Leute steigen aus morgens um halb drei. Der Nachtzug ist der letzte Zug in der Nahrungskette. Der muss wirklich die ganze Zeit, wenn da irgendein fucking Güterzug, wahrscheinlich sogar, wenn so zwei Leute so ausbrechen aus dem Gefängnis und so eine, so einen Pumpwagen haben. So ein Dreisiene. Weißt du? Ja, klar. Wir nehmen da Dreisiene, nämlich von Köln bis Stuttgart versuchen zu kommen. Genau, wo man die immer so hoch, wo das so aussieht wie eine Wippe. Die so, die mit der Hand hoch und runter gemacht wird, ne? Hab ich gerade gesehen, haben wir hier in der Nähe, kannst du Dreisienenfahrt machen. Da haben die so ein Stück von der alten Bahnstrecke, die stillgelegt ist, restauriert und das kann man da so, als Ausflug kann man so Dreisiene fahren. Ach geil, Dreisiene heißt das? Ich glaube, es heißt Dreisiene, ja. Okay, ja, also sowas, die haben auch Vorfahrt vor Nachtzügen, also da muss der Nachtzug dann bremsen und dann warten, bis die zwei Leute da fertig ausgebrochen sind aus dem Gefängnis. Ja, okay. Ja, das ist, das glaube ich, das ist richtig nervig. Das nervt so ein bisschen und dann hatten wir die Ansage und ich weiß auch nicht, warum das jetzt immer noch so ist, ne? Das musst du wirklich dringend aufhören, dass die Polizei rauskommt, also dass die Polizei in die Züge kommt und dann so eine Passkontrolle macht mit allen. Ah, morgens um zwei oder was? Um vier. Ja, das ist doch nur, das ist doch nur Scheiße, was soll das denn? Das ist aber nicht gut. Ich meine, wofür haben wir das denn, dass wir diesen Schenk-Kack, dass wir da einfach über die Grenze gehen können? Eben. Es ist jetzt wieder das Argument mit, ja, aber Geflüchtete, nee, die fahren andersrum. Niemand flüchtet von Deutschland runter nach Venedig, das passiert nicht. Also wenn, ich sag mal so. Also wenn ein Geflüchteter das Ticket leisten kann für den Nachtzug, dann würde selbst Leute aus der AfD sagen, herzlich willkommen, der ist wichtig für unser Land, der bringt Geld mit. Ich lasse dich jetzt mal, nur für Spaßes halber, also Flug Venedig hin und zurück, wenn du gut buchst, bist du mit, also mit zwei Personen bist du mit 200 Euro dabei, ne? Mhm. So, also wenn, aber gut, dann müsst ihr auch fairerweise, also auch wirklich nur Handgepäck und so sind vielleicht 300 Euro. Ja, okay. Jetzt lasse ich dich mal raten, für Spaß, ja, lass ich dich mal raten, was ich bezahlt habe. Und ich muss jetzt dazu sagen, ich habe nicht mal erste Klasse, nicht mal, ja, da habe ich wirklich zweite Klasse bin ich gefahren, aber es ist schon die fast beste Kategorie gewesen. Also wir hätten jetzt nur noch eine eigene Dusche und Klo auf dem Zimmer haben können, ansonsten ist es die, aber also es gäbe noch eine Steigerung, wir hatten nicht Klo, also Klo für Klo musste man raus und so und es gab auch keine Dusche. Okay. So, jetzt sind wir, von Berlin nach Venedig, von Berlin nach Venedig, Venedig ist Norditalien, ähm, das sind so, wer sich der jetzt so gar nicht auskennt, wie ich zum Beispiel eigentlich, ähm, das sind vielleicht so, ja, also ich kann das auch schwer einschätzen jetzt, muss ich ganz ehrlich sein, 1300 Kilometer oder so, ist schon eine Strecke. Ja, genau, also jetzt, ja, also von uns im Norden bis nach, wirklich Südfrankreich sind so eineinhalb Tausend, das ist ungefähr die gleiche Höhe, ja, so 1300 Kilometer kommt wahrscheinlich hin, ja. Ja. Das, okay, also so wie du das aufbaust, ist ein Flug ja günstiger. Ja, ich sag dazu nichts, Moritz. Und ihr wart ja auch nur zu zweit. Okay, das stimmt. Also die Kabine war ausgelegt für drei Personen und, ähm, da haben wir uns den... Ja, aber du buchst dann die Kabine quasi, ja. Den unverschämten Luxus haben wir uns gegönnt, zu sagen, weißt du was, da soll da nicht noch so ein Willi in der Mitte dazwischen liegen. Das fänden wir wohl gut, ja. Okay, also, oh Gott, das ist ja nicht, also wahrscheinlich kostet das so 500 Euro oder was? Tausend. Tausend? Was? Ja. Nein. Also wir haben 800 Euro bezahlt nur... Nur eine Strecke nur? Ja, also von München nach Venedig hin und zurück haben wir 800 Euro bezahlt und dann kommt ja aber noch von... Ach, hin und zurück, okay. Ja, genau, hin und zurück, aber da musst du ja noch von München nach Berlin und da rechne ich jetzt mal so mit 200 Euro München-Berlin für zwei Personen hin und zurück. Da musst du aber auch schon gute Tickets haben, das kriegst du auch noch bedeutend teurer. Ah, krass, okay, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ey. Oder? Also ich... Ich hab da schon mal, wie gesagt, ich hab da mal irgendwann geguckt und das war dann so aber lange, lange im Voraus, also wirklich für in einem Jahr und so. Ja, wobei doch, das war auch echt teuer, aber nicht so teuer. Nee, das war auch schon ein halbes Jahr im Voraus, halbes Jahr im Voraus gebucht. Krass, alter Schwede, das ist ganz schön viel, also ich verstehe, dass man sagt, da sind jetzt in einer Kabine nur so ein paar Personen, da haben wir ein bisschen weniger, also die Leute sitzen ja nicht und so, ja, aber das ist ja schon krass. Ja, und dafür möchte man dann irgendwie, also ich hab kurzzeitig gedacht, der Moritz hat es jetzt gerade besser, ne? Der Moritz im Urlaub, der hat es jetzt besser. Muss man sagen. Ja, dafür möchte man dann irgendwie nicht ganz so, ja, da muss, also es muss dann irgendwie ein bisschen geiler sein. Und vor allen Dingen, aber ich glaub, das größte Problem war, und da kann jetzt die Bahn gar nicht so viel für, war, dass du dann immer so denkst, ah fuck, gleich werde ich aufgeregt. Weil es wurde dann, es gab dann eine Ansage, ja, die sind auch irgendwie, also Nachtzüge haben ihre eigenen Gesetze und diese Gesetze, die kennst du nicht. Nee, die ändern sich ja oft. Ja, in der Nacht ist es so, als würde da so ein bisschen der Rechtsstaat schwinden. Das ist so, ja, es ist ja nachts, da zählt es ja nicht, ist ja nicht richtig, ist ja nicht richtig stark. Ja, da sieht das keiner. Da sieht das, genau, da sieht das keiner. Und das ist wirklich so, also das ist immer so, du kommst rein in den Nachtzug und dann musst du dich erstmal wieder so an die neuen Regeln gewöhnen, die der verrückte Reiseleiter dann sich so ausgedacht hat, ja, der Zugführer. Also bei der Hinfahrt war es dann so, ja, ich weck euch dann zwei Stunden, bevor wir ankommen. Ja. Und ich dachte, ja, also. Ja, dass ihr klarkommt dann einfach. Genau. Das ist wichtig. Wirst du so, ja, cool, danke. Und dann hat er uns wirklich geweckt und dann hat er die Betten wieder zu so Sitzflächen gemacht, dass wir dann auch nicht nochmal schlafen, dass wir da nicht nochmal einschlafen, dass es jetzt auch mal vorbei ist mit Schlafen. Ja. Also wir mussten dann raus. Und dann hat er das so. Und dann auch nochmal sicher geht. Da wollte er auf Nummer sicher gehen. So, jetzt war die Rückfahrt, war so, da gab es gar keinen, da wurde gar nichts gemacht. Er hatte aber eigentlich vorher gesagt, ja, um vier kommt die Polizei, um fünf komme ich dann mit Frühstück. Wo wir gesagt hatten, weißt du was, guter Mann, das wäre eigentlich super, wenn da uns nur eine Person nervt und wir dann lassen wir das mit dem Frühstück, ne? Weil das ist jetzt auch nicht, also da kriegst du so ein Brötchen und dann so eine Butter und dann Marmelade. Ja, Frühstück ist großes Wort. Frühstück ist ein ganz großes Wort für das, was da passiert. So, also da ist die Verpflegungsaufnahme, würde ich eher sagen, ne? Nahrungsaufnahme, so. Ist ja auch in Ordnung. Weißt du, ist ja, okay. So, aber da haben wir uns gedacht, ja, das kann man ja skippen, dann wecken sie uns doch erst so kurz vorher. Er hat gesagt, nee, also das ist obligatorisch, dass ich wecke. Das kann man nicht abbestellen. Ja, hat er dann aber auch gar nicht gemacht. Also, er hat ja eigentlich gesagt, da kommt nochmal wer. Ja, gut, das ist ein bisschen merkwürdig. Hat er dann gar nicht gemacht, da sind wir dann durchgefahren bis, also sind wir, also wir sind falsch ausgestiegen, sagen wir mal so. Wir sind. Ja, natürlich, aber du rechnest ja auch damit, was wenn der Typ um fünf kommen will, dass der um fünf dann auch kommt. Ja, also genau, also manchmal gibt es so Ansagen an so bedeutenden Aussteigebahnhöfen. Ein bedeutender Aussteigebahnhof war jetzt so zum Beispiel München-Ost, der war sehr wichtig, weil, das habe ich dann später erfahren, weil ich habe gedacht, ja, München-Ost ist ja nicht schlimm, wenn wir die München-Ost verpasst haben, da steigen wir dann einfach München-Hauptbahnhof aus, ne? Das war, nee, das ist so, und Nachtzüge haben ihre eigenen Gesetze, da gibt es gar keine, da gibt es gar keinen Ausstieg, da fahren wir durch bis Augsburg. Das war dann Hamburg oder, nee, okay, Augsburg. Ja, Augsburg, da fahren wir ein bisschen nach Augsburg. Naja, ja, und ich muss sagen, ich habe wirklich zwei Stunden geschlafen, ich war zu aufgeregt die ganze Zeit und habe dann gedacht, ja, also, ey, ich mache das so, ich habe die Umwelt so gerne, ne? Ja. Ich habe die richtig gerne, ich mag die ja alles, ne? Ich habe auch nicht so gerne Flugscham und so, aber, also, es kostet mir ja, du hast eine Nacht, in der du nicht schläfst, es ist alles ein bisschen scheiße einfach. Ja, ich weiß noch, was das größte Problem ist, du bist einfach erwachsen, ich glaube, das ist das Problem, weil ich bin ein einziges Mal mit im Nachtzug gefahren, das war mit meinem Vater und meiner Schwester, weil er musste in Italien arbeiten, hat uns dann mitgenommen und dann sind wir von Hamburg nach München und von da aus mit dem Auto weiter und das als Kind war natürlich geil, ne? Weil du passt in diese Betten, das ist ja Punkt eins, es ist mega aufregend. Du bist ein Kind, du pennst sowieso einfach durch, dann wirst du geweckt und dann kommt jemand und bringt dir, gut, aus heutiger Sicht war es ein Folie eingeschweißtes, billiges Scheißcroissant, aber es gab so ein Trinkkakao und das war, das gab es sonst nicht und das war einfach nur geil. Mega sweet. Richtig. Also ich war neun, also es war einfach mega aufregend. Aber als erwachsene Person ist ja alles, was als Kind geil war, ist ja scheiße. Das ist schon ein ganz guter Punkt. Ja, also vielleicht habe ich mich auch zu sehr daran gewöhnt, weil ich das jetzt häufiger auch mal gemacht habe und die Faszination lässt natürlich nach und es fallen einem dann so näher und mehr nur die Nachteile auf. Vielleicht ist es auch so, weißt du? Also am Anfang haben wir noch begeistert einfach, also da gibt es dann manchmal, manchmal, auch nicht immer, also wie gesagt, es wird jedes Mal gewürfelt, aber manchmal gibt es so Pikolöchen, wie begeistert ich, so Sektchen, kleine Sektflaschen, 0,2 Liter, wie begeistert ich, also wirklich, da habe ich den aus den Händen gerissen, wie begeistert ich mir dieses Pikolöchen da reingefahren habe, das macht natürlich auch nochmal eine ganz andere Sache auf, das war diesmal so, ja gut, aber jetzt ist ja auch spät, also will ich jetzt eigentlich noch so ein Sekt reinfahren, nehmen wir dann mit für später, so, so war das jetzt. Also vielleicht ist es so die Anfangseuphorie, die einen so trägt und, aber jetzt so als richtiges Transportmittel, weiß ich nicht, oder ich bin einfach zu, ja vielleicht bin ich jetzt auch einfach, ich gehe auf die 40 zu, Moritz, ganz stark. Ja, ehrlich gesagt, das ist es wie bei mir mit dem Campen, das war das erste Jahr bei mir mit dem Campen, dass ich dachte, ja, es ist irgendwie nicht mehr, also so sehr ich das jetzt immer geil fand, also jetzt, so geil finde ich es jetzt auch nicht mehr. War das jetzt so dieses Jahr oder was? Ja gut, es lag auch daran, dass immer jemand krank war und so, das kommt dazu, aber ich habe auch, auch schon währenddessen habe ich gedacht, ja, immer dieses auf dem Boden gesitze und so, boah, weiß ich nicht und jetzt, ach, jetzt ist alles immer schmutzig und also ich glaube, es liegt auch daran, das haben meine Frau und ich auch ein paar Tagen festgestellt, wir haben auch einfach, also Campen können wir gerne wieder machen, aber wir müssen uns ein bisschen upgraden, also wir haben immer noch den gleichen billigen auseinanderfallenden Küchenscheiß von vor neun Jahren, der Kocher geht eigentlich gar nicht mehr, also wir haben dann so einen Elektrokocher irgendwann gehabt und das dauert einfach eine halbe Stunde, bis der Kaffee heiß ist, also wir haben keine Stühle, sondern wir haben dann immer so auf Matten gesessen, ist auch irgendwie scheiße, das Zelt fällt also auseinander und bei Sturm klappt es sich zusammen, also wenn, dann brauchen wir einfach mal so ein neues Equipment und nicht so neun Jahre altes auseinanderfallendes Gedöns. Moritz, aber das schreit ja nach Glamping, das ist ja jetzt schon, da sehe ich dich ja jetzt schon für einen führenden deutschen Glamping-Anbieter Werbung machen. Ja, also nächstes Jahr machen wir gar kein Camping, hat meine Frau entschieden, weil sie meinte, also jetzt, also ne. Ich liebe es, weil sozusagen dein Beziehungsleben, ja, ist ja für uns alle hier eine Blackbox, ja, und dann merkt man immer nur, was manchmal rauskommt, ne? Dann hast du einfach so, ab und zu wird eine Entscheidung getroffen. So, und da liebe ich jetzt schon, dass die Entscheidung ist, nächstes Jahr übrigens, da lassen wir das. Da kann man sich schon ungefähr vorstellen, was da so alles gesprochen wurde, wie gar nicht so gut das jetzt war mit dem Camping. Ja, da bin ich ganz ehrlich, da wurde gar nicht viel besprochen, da wurde einfach, also, also, ich war im Jahr davor, war schon irgendwie, okay, da war jemand krank, gut, dieses Jahr waren alle krank. Ja, scheiße. Und mittendrin meinte meine Frau schon, nächstes Jahr machen wir das nicht. Ich bin, ich hab, also, anscheinend haben unsere Kinder ja immer Fieber in den Ferien, das machen wir jetzt nicht mehr im Zelt. Ich werde jetzt nicht mehr, ich lieg hier nicht mit einem Kind bei 39,6 draußen in Temperatur und 39,6 in Temperatur in so einem scheiß Dachzelt. Also, nächstes Jahr machen wir das wohl mal nicht. Und danach, naja, ich hätte ja gerne so ein Düdo. Gucke ich mir seit Jahren, gucke ich mir den Markt auf Ebay Kleinanzeigen an, aber auch da... Was ist das? Ein Düdo? Meine Frau ist nicht begeistert. Ein Düdo sind diese riesen Mercedes-Busse, die du ausbauen kannst. Ach so. Das klingt jetzt für mich erstmal wie die Abkürzung für Düsseldorf. Ja, ist es nicht. Das ist Düdo. Okay. Ja, das ist... Die gibt's in 150... Ja, das sind diese alten... Weißt du, wenn du früher auf dem Festival warst, da gab's doch diese riesigen, geilen, ausgebauten Mercedes-Busse. Wenn du dir ein Bild anguckst, weißt du sofort, was ich meine. Und die gibt es in... Also, die gibt es natürlich in... Ja, das sind einfach so Düdos. Und dann gibt es die ganzen Special-Varianten. Dann hab ich einen gesehen von so einem Kameraverleih-Bla. Und der hat dann hinten so eine Schiebetür noch drin und so eine Markie... Also, es gibt richtig geile Dinger und die kannst du dir ausbauen. Problem ist, es sind immer so aus den 70ern, 80ern, gehen andauernd kaputt, steckst du richtig viel Geld rein für die Reparatur. Genau, also es ist eine Mercedes-Benz T2. Genau. Du kannst nur 80 fahren, vielleicht mal 85. Und das größte Problem ist, und das ist das große Manko, das meine Frau immer anspricht, ist, naja, wenn du damit jetzt irgendwo hinfahren willst jetzt, wenn du dir die Stadt anguckst oder so, oder einkaufen, du musst halt das ganze Ding immer wieder zusammenbauen und dann damit losfahren. Es ist ein scheißes Parkplatz zu finden. Hat sie nicht Bock drauf, sag ich. Ja, verstehe ich sehr gut. Ich überlege gerade, ob man da jetzt noch irgendwie sowas reinpacken kann. Also das ist, müsst ihr euch vorstellen, ein quasi, ja, das ist schon ein eindrucksvoller Transporter und da ist hinten, also es ist quasi eine Pritschenwagen. Und da hinten auf dieser Pritsche gibt es da einen Aufbau, richtig? Nee. Na, der gibt es auch. Also so sieht der jetzt aus, den ich jetzt hier gerade reinge... Kannst du auch. Achso, nee, es ist einfach ein großer... Eigentlich sind die... Nee, okay. Es ist einfach ein großer Transporter einfach. Ist ein wirklich großer Bus. Genau. Der früher für alles Mögliche, vor allem auch viel kommerziell genutzt wurde. Also so viel für Firmen und so Lieferungen und sowas. Richtig geil. Ja, klar. Wenn du zu zweit unterwegs bist, kannst du dir da hinten so einen Motorradanhänger raufbauen, hinten auf die Anerkupplung und dann so zwei E-Scooter, also so Roller, also so richtig so Mofaroller, E-Mofaroller raufbauen. Geht auch, aber jetzt mit den ganzen Kindern und so, bist ja immer am Einpacken. Ich glaube, ich kaufe mir einen irgendwann. Also du fährst einfach alleine. Das ist die, also du lässt einfach alle zu Hause und fährst alleine in einem riesigen Bus. Naja, also dann, wenn die Kinder halt nicht mehr mitfahren. Also du planst jetzt eigentlich schon sozusagen die Kinderrente. Rente, wenn die Kinder raus sind. Ich plane bereits meine Kinderrente, ja. Ja, sicher, muss ja machen. Sonst wirst du überrascht worden. Das musst du immer im Hinterkopf haben. Sonst wirst du überrascht und dann sitzt du da auf einmal traurig in deiner Wohnung und denkst dir, oh, ist so kalt und leer jetzt auf einmal. Ja, es ist ja für mich Rente. Also das hört man ja immer wieder, dass so gerade viele Männer, die ihr Leben lang gearbeitet haben, dann in Rente gehen und auf einmal so völlig zusammenklappen und dann einfach nichts mehr haben und depressiv werden, weil sie sich nicht darauf vorbereitet haben. Und wenn die Kinder ausziehen, das ist ja meine Rente quasi. Also ich arbeite meinen Charms dann auch weiter, aber das ist ja ein viel krasserer Schritt, weil ich bin immer mit diesen Kindern zusammen und irgendwann wollen die mich nicht mehr und dann habe ich gar nichts mehr. Das stimmt. Und dann, dann kommt der Düdo. Ja, okay, das sehe ich ein. Okay, aber jetzt müssen wir jetzt erstmal, also ich finde jetzt muss ich, weiß nicht, ich sehe das jetzt so ein bisschen als meine Pflicht, deinen nächsten Urlaub zu planen. Also wie wird der denn dann aussehen? Ja, das gibt viele verschiedene Varianten. Aber es soll ja weg von Camping, höre ich daraus. Ja, es wird wohl ein Ferienhaus geben oder auch zwei Ferienhäuser. Das wurde beschlossen. Das wurde beschlossen. Das wurde einstimmig beschlossen, also mit einer Stimme, also die Stimme meiner Frau. Und dann, ja gibt es vielleicht, vielleicht gibt es da noch die Variante, dass man da, du kannst ja auch mittlerweile, Glamping heißt ja, du fährst dann auf so einen Campingplatz, aber da ist dann komplett aufgebautes Zelt mit richtigen Betten und sowas da drin. Das wäre auch was. Haben wir auch für eine Nacht jetzt gemacht, weil ich wohl, naja, ich hatte wohl den einen Campingplatz bis zum neunten und den nächsten ab dem zehnten gebucht und da war wohl noch eine Nacht zur Überbrückung da. Und da haben wir in so einem Ding geschlafen, das war auch ganz okay, das war auch ganz nett. Hast du das wieder verpeilt, Moritz? Ja. Das mit dem Buchen? Ja, man muss sagen, das passiert mir auf Tour ja ständig, deswegen, ich weiß jetzt nicht überraschen, dass es auch mal im Urlaub passiert. Warum ist das so, Moritz? Weil, also, ich meine, es ist gar nicht vorwurfsvoll, aber kannst du das ein bisschen, dieses Missverständnis, weil ich, ich kenne jemanden, dem passiert das auch. Ja, ich glaube, das kommt vom klassischen Zählen, ne, dass man irgendwie so, man zählt dann so, okay, ich mache jetzt, ich komme am zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, ja, bleibe ich bis zum sechsten, dann brauche ich ja was für den nächsten Tag, für den siebten. Ja, brauche ich was für den siebten, weil den sechsten habe ich ja in meinem Kopf, habe ich ja schon gebucht. Ja. Aber du musst ja den sechsten zweimal buchen, weil du fährst ja morgens am sechsten los und musst ja abends irgendwo ankommen. Aber das geht in meinen Kopf nicht rein. Wenn ich vom... Wie, du musst den zweimal buchen, das verstehe ich nicht. Naja, du buchst vom zweiten bis zum sechsten. Ah ja, genau, und dann brauchst du wieder was vom sechsten bis zum... Ah, ich verstehe, diese, diese Übergänge. Ja, das macht mein Kopf nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich schon in Hotels stand und gesagt habe auch, ja, ich schlafe jetzt hier. Und er meinte, nee, nee, sie schlafen morgen hier. Und ich dann dachte, nein, das... Ach, scheiße, ja. Ach, scheiße, ja, stimmt. Ja, habt ihr denn noch was frei? Ach ja, ach, fürs doppelte Geld. Ja, gut, ja, aber jetzt, naja, dann ist das wohl so. Cool, machen wir das. Ja, und morgen? Nee, das Zimmer brauche ich dann gar nicht mehr. Danke. Ja, ich hatte jetzt sowas ähnliches, war ein bisschen unangenehm. Und das war so, ich hatte, also, wir waren in Venedig und dann habe ich so, das sollte man machen bei so Restaurants, die alle mögen, die sind dann natürlich begehrt, dass man die vorbucht, die Restaurants. Ja. Und das hatte ich übernommen, vor allem, ja. Aber für welchen Monat? Ja, das, richtig, du wolltest, wir kennen uns zu gut. Ja, natürlich. Wir kennen uns zu gut. Ich weiß nicht, wie oft mir das schon passiert ist. Ich hatte den September durchgebucht, sage ich dir ganz ehrlich. Also, im September hätten wir hier nochmal einen ganz großen Auftritt hingelegt in Venedig. Aber, ja, das kann doch nicht sein. Dann aber auch so Späße wie, da muss man dann so, weil, damit man nicht absagt, muss man schon mal so 30 Euro anzahlen mit Kreditkarte. Mhm. Klar. Und da hatte ich immer, bis der Teil mit der Kreditkarte kam, hatte ich Bock, das zu machen. Und dann wollte ich nicht meine Kreditkarte suchen, habe ich gedacht, das mache ich später. Und dann habe ich das nie gemacht. Ja. Das war auch nicht gut. Ja, das war, ja, das war schwierig. War nur ein paar Stolpersteine. Ja, aber ich sage mal so, deine Freundin und meine Frau, die haben sich ja daran gewöhnt. Also, meine Frau wusste das von Anfang an, bei unserer allerersten Reise, die wir gemacht haben, bevor wir Kinder hatten, weil klar war, okay, sie ist jetzt schwanger und ja, komm, wir machen jetzt noch eine Reise, sind wir auch damals noch geflogen und da sind wir dann auch, da kannten wir uns erst ein halbes Jahr, ne? Da sind wir dann auch am Hamburger Flughafen angekommen und ich hatte das alles auch gebucht und das war super, alles echt super. Ja, super, super. Bis ich dann am Schalter war und sie meinte, ja, der Flug, ja, der ist ja seit einer Stunde jetzt schon gelandet, da, wo sie hinwollen. Ach, das ist, ach, spannend, spannend, so früh kann man fliegen. Hast du die Ankunftszeit verwechselt mit der Abflugszeit? Nein, ich habe keine Ahnung, was passiert war. Ich weiß nicht, wie ich das übersehe, also. Nee, aber das ist der Klassiker, Moritz. Nein, ich weiß, wie du das gemacht hast, das ist total klar, wie du das gemacht hast. Kann ich dir sagen, das machen wir beide gerne. Ja. Und zwar, das haben wir schon mal besprochen, und zwar ist es so, wenn die Zeit nicht so gut ist, ne, also die nicht so gut liegt, die ist halt unangenehm, so halb fünf oder so, will man ja nicht, boah, ne, dann macht unser Kopf so, ja, aber wann wäre denn gut? Und dann, ja, okay, aber wann wäre denn gut? Wann wäre denn okay? Und dann denkt man sich so, ja, so elf Uhr zwanzig. Ja, elf Uhr zwanzig wäre super. Nein, noch richtig früh, spät aufstehen. Ja, und dann ist das so, und dann sagt der Kopf, wir haben es abgemacht, dann machen wir das. Und dann ist es einfach, der Flug ist einfach elf Uhr zwanzig dann. Und dann ist es, es ist so ein bisschen wie verschlafen, wo dein Körper sich denkt, das in dem Wecker, das ist hier, ja, das ist ein nettes Angebot, aber das machen wir hier gerade. Das ist Quatsch. Wir schlafen jetzt weiter, weil das ist zu früh. Ist doch Unsinn. Ja. Ja, aber deswegen, also das war immer schon so. Wusstest du, kennst du nicht anders, ist doch, also es ist auch mittlerweile gut, wie entspannt, weil die Frau damit umgeht, dass ich dann eben gesagt habe, ah, jetzt, jetzt nochmal wegen des Campingplatzes, ne? Der ist ja erst morgen. Was machen wir denn jetzt da? Ja, also sie meinte, ja, dann, ja, dann brauchen wir noch einen Tag woanders hin. Also, wäre überraschend eigentlich, wenn du es, wenn nicht. Ach ja, das, ja, auf der anderen Seite kann sie ja auch buchen. Nächstes Jahr kann sie das alles buchen dann. Ja, ja, stimmt. Ja, also das ist echt toll, wie man, ich merke das auch richtig, so wie meine Freundin mittlerweile ganz kurz sich denkt, ah, jetzt könnte ich mich aufregen. Ja. Und sich dann denkt, ach. Was? Ja, wofür? Ach ja. Ja, wofür? Naja. Ja, aber ich muss sagen, wir haben immer ganz tolle andere Restaurants kennengelernt. War eigentlich immer ganz schön. Also, so. Ey, dann möchte ich jetzt gerne, wir waren auf der Biennale, das ist ja alle zwei Jahre, gibt es ja so eine große, große Kunstausstellung in Venedig und das ist quasi wie die Expo und dann gibt es so verschiedene Pavillons von verschiedenen Ländern und die machen dann irgendwas zu irgendeinem Thema und diesmal war so das Thema Fremde überall, ja, also Strangers everywhere, also so überall sind Fremde, also wie dieser berühmte Satz, man ist ja immer, also alle sind irgendwo immer Ausländer. Fremde im eigenen Land, ja genau, das meinte ich nicht. Ja, oder Fremde im eigenen Land, ja, je nachdem, ne. So und dann, ich fand das irgendwie ganz interessant, weil es ist dann so, es sind dann einfach alle Länder da und es gibt ja jetzt eigentlich schon sowas, würde ich sagen, also zumindest, soweit ich das überblicken kann, global sowas wie ein Rechtsruck, ne. Ja, schon, es gibt einige Länder, die so ein bisschen zurückkippen. So, oder zumindest so in Europa, sagen wir mal Europa. In Europa, ja, es gab auch, also ich glaube, es ist so ein bisschen in Wellen, ne, also Südamerika gab es davor einen krassen Rechtsruck, es gab einen ganz schönen Rechtsruck in Südostasien, Europa ist ja schon länger immer gut dabei. Es gibt das immer so wellenförmig, genau, es gibt auch immer mal Gegenbewegungen, aber es gibt jetzt schon sowas wie, das Europäische Parlament einigt sich drauf, auf die, das restriktiveste Asylrecht überhaupt und sowas, sowas gibt es ja schon. Ja, ja, klar. Egal jetzt gerade, welche Partei am Drücker ist, es gibt halt schon so, ich weiß nicht, Erzählungen, die gerade so mehr oder weniger gewinnen. Und so, und dann ist es natürlich eine ganz spannende Sache, und dann ist es aber auch spannend, dass es dann so, ja, also da sind dann halt Länder dabei, wo man nicht denkt, ja, also ihr hättet dazu ganz viel zu sagen eigentlich zu dem Thema, aber das ist ja jetzt auch die Regierung, die euch Geld gibt. Mhm. Was machen wir denn da? Mhm. Ja, und also dann gibt es zum Beispiel dann Ungarn. Mhm. Spannend. Ne? Spannend, spannend. Also er hat eine, ja, sehr rechtsgerichtete Regierung. Das ist so eine Recht rechts, ja. Ja, wo die EU schon sagt, ja, also wenn ihr nicht aufpasst, dann, also geben wir euch bald gar kein Geld mehr, weil das hat er mit der Europäischen Union, das hatten wir uns ganz anders vorgestellt. Und selbst wenn, also wenn die EU das schon sagt, dann ist es schon doll. Ja, genau. Ja, genau. Oder dann gibt es dann so Länder wie China, ne, wo man sich denkt auch, boah. Spannend. Ja, spannend. 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 Und immer, wenn es so Länder sind, wo man sich denkt, ja, also ihr seid einfach krass nationalistisch, ja, oder sehr rechts, oder ihr habt eigentlich mit Fremden so gar nichts zu tun, oder, ne, also Stichwort Lager und Uiguren und so in China, also krasse Menschenrechtsversetzung am Start. Da ist natürlich auch spannend, was zeigt man da so, ne, was für eine Kunst wird uns hier so erwarten, ne. Und da hatte Ungarn, Ungarn hatte für sich so den Techno entdeckt. Und dann, ja, da ist, ja, oder dann gab es Italien. Italien hat einen eigenen Pavillon. Das ist natürlich auch spannend, ne, mit einer Postfaschistin in der Regierung, was macht man da so, ne. Ja, da war da viel mit Musik auch. Also war so eine, hm, das ist, weil über Musik versteht man sich auch oft gut. Ja, und das ist ja auch oft, Musik ist ja auch oft, ja, kommt einem auch fremd vor, ne, wenn man ist eine andere Generation und so. Ja. Ja. Und ich hatte auch irgendwie so das Gefühl, es wurde sozusagen auf eine Art sozusagen auch das Bequeme, also es gibt ja mehrere Sachen, wie man das machen kann. Und man kann ja auch sagen, hey, es gibt auch Leute, die sind fremd, tatsächlich fremd im eigenen Land, im Sinne von, es gibt ganz viele Minderheiten in anderen Ländern, nicht nur, weil sie aus anderen Ländern kommen, sondern weil sie eine andere Sexualität haben zum Beispiel, ja. Und da ist man sozusagen, da fühlt man sich auch irgendwie fremd oder so. Oh ja, auch, ja, auch schwieriges Thema mit dem Gendern jetzt in Europa. Gibt's auch, das ist ein schwieriges Thema, genau. Aber es ist natürlich jetzt auch so, das muss man auch sagen, also es gibt so Konflikte, die sind sozusagen schwierig anzugehen, ja, also die sind, also da kann man was verlieren. Ja. Und jetzt muss man aber auch fairerweise sagen, in der Kunstwelt ist jetzt Schwulsein, ja, ist jetzt nicht, also es ist immer noch ein großes Issue, ein großes Thema insgesamt, gesamtgesellschaftlich, ne, so, natürlich. So, aber das ist jetzt, wenn man sich denkt, ja, okay, dann laden wir jetzt einfach einen schwulen Künstler ein, der macht seine, der zeigt dann einfach seine Bilder, dann haben wir das Thema ja so weit abgearbeitet. Ja, das ist das jetzt nicht. Wo ich denk so, ja, ist ja gar nicht so sehr. Also Homosexualität ist jetzt nicht fremd in der eigenen Kunstwelt, das ist jetzt, das wäre jetzt Quatsch. Ja, nee, also ist jetzt so, wo ich denk, also oder teilweise wurden dann sozusagen die, ich sag mal, die etwas kleineren Konflikte wurden genommen oder die Konflikte, es geht natürlich auch, also die sind auch super wichtig, ich will dir jetzt gar nicht so sagen, oh, das ist jetzt so nebensächlich oder so, ne, ging natürlich mega um Kolonialismus, ne, ganz viel Kolonialismus, weil das waren einfach super viele Länder, die so, und dann wurde teilweise denen das zur Verfügung gestellt, teilweise haben Länder, so wie Holland oder so, äh, Leuten das zur Verfügung gestellt, die haben das fantastisch gemacht, die haben dann so Kunstwerke gemacht, über die Kolonialisten, ja, also die haben so Statuen gemacht von den Kolonialisten und haben denen so gesagt, ihr, das seid ihr, die haben wir jetzt gemacht, dann könnt ihr, könnt ihr die jetzt wieder, ihr habt so viel Raubkunst gehört, wir machen jetzt so Statuen von euch, also da gibt's dann den, den gierigen Kolonialisten, so als eine Statue, ja, in dem Stil von einem indigenen Volk gemacht, ja, sehr gut gemacht, sehr geil, geil, ja, nice Idee, sehr gute Idee, sehr schön gemacht, so, das war alles super, aber es ist so ein bisschen, also ich hatte das Gefühl, es wird immer so geguckt, ja, wir haben hier so viele Sachen, was können wir noch so machen, was jetzt also am wenigsten Stress macht hier von allen, weißt du so, das hatte ich heute so ein bisschen das Gefühl. Immer so ein bisschen Kompromiss zwischen, naja, ihr sollt uns schon Geld geben, weil das wäre schon wichtig, aber wir wollen auch so ein bisschen an Ecken, aber wie schaffen wir das denn, diese Runden, diese Ecken möglichst rund zu machen, ne, gar noch als Ecke zu erkennen? Ja, da hatte ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass das so, ja, also beziehungsweise auch so ein bisschen, also dass es nicht in den Kunstwerken vorkam, der Konflikt, sondern dadurch, dass man bestimmte Leute einlädt und bestimmte Bilder zeigt, ja gut, dann ist dem ja jetzt hier schon Genüge getan, aber das Kunstwerk selber hatte jetzt gar nicht so viel damit zu tun. Ja, okay. Und da muss ich auch nochmal, in dem Zusammenhang, muss ich auch nochmal sagen, ne, hängende Tücher, die kann ich nicht mehr sehen. Habe ich jetzt sicher, ich muss ganz klar sagen, also gibt, ich habe da einen ganz komischen Geschmack, aber hängende Tücher, egal was drauf ist, kannst du nicht mehr sehen. Das ist immer, da gab es immer mal so Räume, da hängen so Tücher von der Wand und da habe ich mir gedacht, ne Leute, das ist irgendwie, das haut mich jetzt einfach nicht mehr vom Hocker. Aber wie hängen die Tücher, also die hängen dann einfach Tücher hin oder was? Ja. Ja, die sind dann, also auch kunstvoll teilweise, aber jetzt auch oft jetzt, ja, sie sind natürlich alle kunstvoll und so, das ist jetzt mein, du, das ist mein recycelter Kunstbegriff vielleicht, ne, aber das sind jetzt nur, das ist jetzt so blau. Ja, das ist es nicht. Vielleicht auch nochmal weiß, ne, und so ein Muster, die hängen dann darunter. Ja, das, ne, das heißt nicht. Das ist der Raum, das ist der Raum. So, und dann sehe ich ja andere Räume, die sind ja krasser, das ist dann nicht, weiß ich nicht. Ja, ich bin jetzt ja auch nicht, ich bin ja nicht der große Kunstliebhaber, aber das ist das nun wirklich, also das ist es jetzt nicht. So, und dann, genau, und dann gab es, also um einen, nur kurze Sachen mal so, also was sind denn Sachen, die ich so gut finde, was habe ich denn begeistert, es gab zum Beispiel jemanden, der hat aus Mosaiken Bilder gemalt, aus Kriegskonflikten, aus dem Konflikt, wo er ja, ich glaube, er war aus dem Libanon, so, und hat quasi also ein Foto genommen und das als Mosaik nachgebaut, so. Ah, krass, okay. Ja, also das war ein explosierendes Gebäude und der hat das aus Mosaiken nachgebaut, was super krass ist, weil es irgendwie dann aussieht, als wäre es alt, ist es aber nicht, sondern ein Konflikt von heute und man merkt so, okay, krass, aber das ist jetzt die Geschichte von jetzt, die vielleicht, habe ich mir so vorgestellt, Archäologen in tausend Jahren sehen dann das sozusagen, das ist jetzt das noch. Ja, das ist jetzt die Geschichte, das war ziemlich geil so und das war irgendwie alles spannend oder der hat irgendwie einen, verschiedene Tiere miteinander kämpfen lassen als Mosaik und man wusste dann, weil die Führung dazu noch was gesagt hat, irgendwie, das heißt, in der und der Sprache ist irgendwie Tiger das gleiche wie Revolution und man weiß dann gar nicht mehr, wer ist hier eigentlich gerade Opfer, wer ist Täter, so und das ist irgendwie, beschreibt irgendwie die Situation in diesem Land sehr, sehr gut, so, sehr kunstvoll, sehr gut gemacht und dann bin ich aber nochmal auf so eine andere Sache gestoßen, wo ich immer wieder drüber stolpe und zwar, der Künstler stand da mit seinem Namen und dann war irgendwann klar, ah ja, aber der hat das, also der hat das machen lassen von jemandem, der kann sehr gut Mosaike, ne, also der hat, also der hat das machen lassen. Der hat das gar nicht gemacht, der hat das machen lassen. Aber das ist ja scheiße. Ja, und ich denke mir auch so, also das ist ja, das ist ja eine total... Das geht doch nicht. Ja, das ist ja ultragängig, dass Leute, also dass Künstlerinnen und Künstler sagen, ey, mach das für mich und dann, ich hab einfach nur die Idee. Das kommt aus deiner Werkstatt. Richtig, also wie Da Vinci eigentlich, ne? Hat ja auch viel machen lassen, so. Aber, ja, 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 das stimmt. Da fing das ja schon an, das war ja gar nicht, das hat ja eine lange Tradition, aber... Da gibt es sogar Leute, die davon ausgehen, dass die Mona Lisa jetzt gar nicht so doll von Da Vinci ist, sondern von einem seiner Schüler. Wirklich, ist das so? Ja, es gibt, ja, ich hab ein Buch gelesen im Urlaub über die Mona Lisa und wie die damals geklaut wurde und sowas. Und auch, dass es die Theorie gab von Leuten, die gesagt haben, ja, ist jetzt gar nicht vielleicht hundertprozentig von ihm alles so doll, sondern von so einem krassen, krassen Schüler und der hat das dann einfach so ein bisschen übernommen auch. Aber es sind alles Verschwörungstheorien aus dem... Ja, vielleicht wirklich. Ach, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es so, ich denke mir dann immer, man kann es ja auch sagen, ne? Man kann ja sagen, weil ich finde auch eine Idee ist schon wirklich auch viel wert und wenn man sagt, ja, wir nehmen das und das und das soll und so und so aussehen. Ich kann das jetzt aber mit den Museen, das kann ich jetzt nicht so gut. Vielleicht, ähm... Ja, ich kann mal ja sagen, wir machen das zusammen, ja klar. Kann man doch auch den Namen dann dahinter haben, aber das finde ich irgendwie so krass, dass man dann gesagt wird, so... Ähm, nee, das, äh... Also, weißt du, also dann reden... Ja, weiß ich nicht, das finde ich so absurd, weil gleichzeitig reden wir dann, das große Thema ist unter anderem dann kulturelle Aneignung, ne? Weißt du, und da wird es einfach so ganz klar, so eins zu eins, wird sozusagen die Aneignung gemacht von so, ja, weißt du, das kann man jetzt nicht kulturelle, aber ne, man eignet sich sozusagen die Arbeit von jemand anderem an, macht da seinen Namen drunter und sagt, ja, und bitte. Weißt du, das finde ich so... Ja, also das gar nicht zu erwähnen ist ein bisschen krass. Ja, also das ist ein bisschen so, als würde ich jetzt, so, ich bringe jetzt Kinderbücher raus und das erste Kinderbuch, da hatte ich die Idee und da habe ich auch ein bisschen was geschrieben, aber das hat ja jemand gezeichnet. Das wäre jetzt ein bisschen so, als würde ich da nur meinen Namen draufschreiben und sagen, ja, guck mal, Kinderbuch, habe ich, es ist von mir nur. Hast du das noch gemalt? Hm, gemalt? Ja, gemalt? Ja, gemalt, malen kann ich nicht so gut, das habe ich jetzt malen lassen, aber das war eigentlich ich. Ja, das ist ja die Marke. Kannst ja auch, das kannst du ja nicht machen. Ja. Ja. Ja, das geht ja nicht, das ist ja einfach nur frech. Ja, gab es ja nicht früher auch so Kindermücher, so TKKG und so, das war doch auch so ein Kollektiv, oder? Oder diese ganzen drei Fragezeichen Sachen, da hat doch Alfred Hittcock auch nur seinen Namen gegeben, oder? Hat gesagt, ja, ihr macht das einfach. Ja, ja, klar. Ja, ja, das hat nicht Alfred Hitchcock geschrieben, nee. Aber, und auf der anderen Seite ist es ja völlig normal in der Musikindustrie, ne, dass du da irgendwo ganz klein reinschreibst, da hat wohl jemand mitgeschrieben, aber eigentlich behaupten alle, nee, das ist mein Album, ja, das habe ich, das sind alles meine Songs. Und man denkt, nee, 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 in den meisten, allermeisten Fällen haben das die Leute nicht selber geschrieben, die Songs, sondern jemand hat dir geschrieben und dann hast du vielleicht nochmal ein bisschen da mitgemacht und das abgenickt und was draufgesungen. Das ist was anderes. Ja, genau. Ja, also das fand ich irgendwie, ja, es war irgendwie spannend, dann gab es natürlich den deutschen Pavillon. Ja, das war meine Frage gewesen jetzt. Was haben die Deutschen gemacht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, Moritz, vielleicht bin ich da unsensibel oder so, ne? Ich weiß nicht, Moritz, du musst mir ja helfen. Du musst mir da vielleicht helfen. Das kann ich mir kaum vorstellen. Ich weiß. Nee, vielleicht habe ich da, Moritz, vielleicht habe ich da ein Brett vorm Kopf und du kannst mir da helfen. Aber der wurde irgendwann das Nazi-Architektur, so. Das heißt, der Raum sieht gut aus. Ja, also, warte mal. Also der ist, ja, der ist halt so gebaut, der sieht halt so ein bisschen aus wie ein Stück vom Flughafen Tempelhof, so. Ja, okay. Also ein Faschistoider, also die haben ja alle so, die haben ja ganz viel mit Säulen gearbeitet und so in Anlehnung an, jetzt kommt das große, nicht das große römische Reich, sondern eben das große deutsche Reich. Möglichst groß. Gigantoman, sieht aber deswegen halt auch imposant aus, ja? Und ich denke jetzt nicht die ganze Zeit, oh, Faschismus, Faschismus, sondern ich denke, ah, krass, irgendwie ein großes, abgefahrenes Gebäude. So, da ist aber, da tun sich die Deutschen jetzt aber schwer mit, mit dem Gebäude. Also das sage ich, letztes Mal war das zu. Das war, um dann darauf hinzuweisen, dass das ja so eine faschistoide Vergangenheit hat und auch irgendwie eine Gigantomanheit, also die Biennale ist so, da sind jetzt so ganz viele Länder und das ist auch ein Wettbewerb, ne? Also zum Schluss wird da ein Pavillon dann gekürt und da wird gesagt, hier, du hast das beste Kunstwerk gemacht. Ah, okay, ja. Und das war am Ende. Am Ende ist es ein künstlerischer Poetry Slam eigentlich. Gibt es eine Jury? In a way, ja, genau. Genau, und ich glaube, damals war in dem Geist, das war so, ah, cool, wir machen hier alle Kunst zusammen, das ist ja voll was voll Schönes, ja? Ja. So, und irgendwie so alle Völker zusammen und so was Friedliches und mittlerweile sind ja manche schon einen Schritt weiter und sagen, ja, wieso, also, aber überhaupt, wieso brauchen wir denn Nationen, ja, ist das denn, wie wichtig ist das denn eigentlich alles noch? So, und dann hat Deutschland eben auch noch, die sind unterschiedlich groß, ne? Die Pavillons. Also es gibt da Pavillons, also das ist auch ganz klar, da gibt es auch teilweise einen Pavillon dann, also Äthiopien, sag ich mal, ist in der Stadt, der ist gar nicht auf dem offiziellen Gelände. Wir haben da nochmal so ein, also, ja. Oh, ist das hart. Naja, also, ja, aber die Welt ist, also, ne, also das zeigt sich natürlich auch da, so wie die Welt ist, zeigt sich das auch darin. Ja, aber der, also der äthiopische Pavillon ist quasi, ist fremd in der eigenen Ausstellung. Ja, ist fremd in der eigenen. Das ist einfach nur, das ist einfach nur doll. Ja, genau. Ja, genau, ich weiß, das sind so Widersprüche natürlich, die kann man irgendwie nicht alle so auflösen, die so in der Welt sind. Und dann noch in Italien. Man kann nicht sagen, ah ja, wir machen jetzt hier Kunst und dann ist auf einmal, hier ist alles super, sondern nee, sondern das zieht sich natürlich dann auch durch. Wäre natürlich geil, das irgendwie mitzuthematisieren. Genau, das meine ich halt mit. Also es geht mir nicht darum zu sagen, ah, das Leid von Homosexuellen ist nicht, also, es ist jetzt weniger anzusehen oder so, aber es reicht irgendwie manchmal nicht nur, jemanden einzuladen, der schwul ist und dann Bilder da aufzuhängen, sondern ich fände irgendwie genau spannend, genau diese Widersprüche zu zeigen. Genau das nämlich. So, ja, hä, was ist das denn alles? Ja, also stattdessen war das jetzt in Deutschland so, da haben sie dann jetzt so den Haupteingang vom deutschen Pavillon dann so zugeschüttet. Und dann kann man halt durch die Seite rein. Ja, okay. Also, auch so demonstrativ zugeschüttet, also man sah richtig, ah, hier ist zugeschüttet und so, hier ist Schutt und so. Also, um ein bisschen so zu irritieren und zu sagen, ja, also, wollen wir jetzt nicht mehr, wenigstens nicht mehr durch diese Säulen durchgehen, dann nehmen wir mal den Hintereingang hier. Weiß ich nicht. Ja, kann man sagen, wieso nicht. Ja, kann man machen. Weil du kannst jetzt auch nicht jedes Mal das Ding zulassen. Ja, ja, klar, du musst das ja irgendwie mal, also irgendwie muss man das ja bespiegeln, weil irgendwann wird es ja auch langweilig sein. Richtig, aber wo ich auch sagen würde, naja, gut, aber wir haben jetzt auch zum Beispiel den Reichstag, der wurde jetzt auch von den Nazis, also, der wurde jetzt nicht von dem, ich glaube, der wurde nicht von denen gebaut, sondern da waren ja schon Feuerleute drin und so, aber der ist natürlich, er ist ja auch immer noch Reichstag und so, aber der wird jetzt halt gefüllt mit Demokratie und wieso kann man nicht sozusagen in einem gleichen Geiste sagen, ja, das ist ein faschistoider Bau, aber der wird jetzt halt gefüllt mit geiler Kunst, die, wo sich die Nazis im Grab rumdrehen würden oder die Aktiven würden dann hyperventilieren, dann so, weißt du, warum denn nicht? Ja. Aber egal. So, und dann ist da irgendwie ein Kunstwerk, ein Raumschiff, ich habe das nicht verstanden jetzt, ich habe es einfach nicht verstanden, da sehen wir dann also, da ist da irgendwie so ein Raumschiff und im nächsten Raum, und ich wusste auch nicht, wie das zusammenhängt jetzt, im nächsten Raum ist dann so nachgebaut, verschiedene Wohnungen von den sogenannten Gastarbeiter, also von Menschen, die hier hingekommen sind, um Deutschland wieder mit aufzubauen. Außer Türkei wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, ist nicht so ganz klar. Und da wurde eine Wohnung nachgebaut und die beengten Wohnverhältnisse. Und dann aber mit so ganz viel Staub, also mit viel Staub darüber. Und wo ich mir, da kann man sich ja das so erschließen. Ja, da ist so, ah, man will irgendwie das thematisieren. Ja, so, und das ist natürlich, und irgendwie so wurde Deutschland irgendwie aufgebaut, da will man irgendwie dran ändern, das verstehe ich. Das mit dem Raumschiff, habe ich nicht verstanden. Habe ich, da kam, ja, habe ich nicht. Ja, das ist dann wahrscheinlich über so Dreiecken gedacht, dass du das nur, wenn du da, wenn jetzt quasi der Kunststudent, der das da gemacht hat, oder die Kunststudentin, das dann nochmal verteidigt, öffentlich, dass man dann denkt, ach, das war, ach, das war deine Idee. Das ist ein bisschen, wie man Jahre, oder Jahrzehnte später gemerkt hat, ach, in Matrix ging's eigentlich um Transgender. Ach, ich hatte keine Ahnung, Diggi. Ich dachte, das ist ein Actionfilm. Stimmt, aber das ist jetzt nachträglich so gelesen worden, weil die beiden Menschen, die das gemacht haben. Weil die Regisseur, genau, genau, weil die Regisseurinnen gesagt haben, ja, ja, das war eigentlich der Punkt. Das ging eigentlich, es ging um Gender in dem ganzen Komplex. Und man dachte, ach, das, Leute, dann. Das ist crazy. Ach, dann sag das doch, dann weiß ich das doch. Und vielleicht, also mit diesem Raumschiff, wahrscheinlich wollte die Person, die das da ausgestellt hat, da irgendeine ganz große Aussage betätigen, bei der man jetzt dann, wenn man die hört, denkt, ach, du hast, ach, du hörst gerne Phil Collins mit dem I'm an Alien und beziehst das auf die Geflüchtetenkrise von 2015 als Reaktion auf die AfD. Ach so, ach so, aber die sogenannten GastarbeiterInnen, die sind, ah, wie, äh, sozusagen wie Aliens behandelt. Gar nicht so schlecht, Moritz. Gar nicht so schlecht, genau. Wie ein Raumschiff, das nicht mehr, ja, das ist natürlich super. Ja, auf einmal wird ein Schuh draus. Das hier gestrandet ist. Ja. Mhm. Aber, bin ich ganz ehrlich, geht geiler. Ja. So wie es klingt. Genau. Also, jetzt einfach nur so ein scheiß Raumschiff reinzustellen, ist hier jetzt nicht, das ist es jetzt nicht für mich. Ja. Weil du könntest ja, also vor allem mit so einem imposanten Nazi-Bau, ne, du könntest ja die geilsten Sachen da machen. Richtig. Also, das, klar, ist das eine Idee zu sagen, ja, wir machen jetzt, weißt du was, wir machen jetzt genau die Kunst, die damals entartet wurde und die gesagt wurde, wie verbrennen wir jetzt? Richtig. Die stellen wir jetzt auf euch. In eurem scheiß Haus hier. Klar, so super. Ich würde es so machen, ich hatte auch direkt eine Idee für den Neuschen Pavillon, also wenn ich da jemand mal, also in der Kunstwelt ist das wohl sehr große Auszeichnung, wenn man den mal bespielen darf, ne. In dem Pavillon. Also, könnte sein, dass ich den jetzt nicht sofort kriege, aber hier war ein Aufruf, also falls euch da die Leute ausgeht. Das ist ein long one. Ich würde das machen. Ja, sicher. Ich würde das machen. Ja, sicher. Ach, da kannst du, weißt du, weißt du noch damals, als es diese Wehrmachtsausstellung gab in Deutschland und da die Neonazis wirklich Sturm gelaufen sind über Wochen hinweg und dann Leute, ich war dann auf diesen Degen-Demos, die quasi da waren, um die Nazis davon abzuhalten, diese Halle zu stürmen, weißt du, ja, mach das doch da. Ja, also ich fände es gut, ich hätte jetzt auch nämlich eine Idee für den Pavillon, deutschen Pavillon, wollte ich mich mal fragen, wie der ist, wie du den findest. Und zwar wollte ich das so machen, das Gebäude bleibt so, wie es ist, aber man kann es übrigens auch ein bisschen verändern. Ich weiß immer nicht, wie das mit, da müsste man mal gucken, wie das ist mit, wir tun jetzt mal so, als könnte man das alles verändern, wie man möchte, ne? Ich weiß nicht, wie das ist. Statisch. Du meinst so tragende Wände und sowas. Stichwort tragende Wände, Stichwort Gebäude, Denkmalschutz, dies, das. So weiß ich alles. Ja, dies, das. Und zwar, der deutsche Pavillon wird, auf jeden Fall werden da so Wände rausgemacht, da wird viel mit Glas gearbeitet, ja? Mhm. Und dann oben drauf macht man einen ganz großen Penis, ja? Einen ganz großen, irrigierten Penis. Super, finde ich gut. Und der ist in den Deutschlandfarben. Mhm, geil. Und da steht drauf, wir sind wieder wer? Ja. Ja? Dann, die Scheiben werden verspiegelt, das heißt, man kann nicht reingucken in den Pavillon. Ja? Ah, okay. Aber du kannst rausgucken. Du kannst rausgucken. Du kommst aber, du kannst auch rein in den Pavillon, kostet aber 1000 Euro. Mhm, geil. Und wenn du drin bist, da sind dann einfach so, ja, ist eine Bar und so Liegestühle und dann kannst du rausgucken. Kannst du die anderen sehen. Kommst du rein, kannst du rausgucken. Ja, kannst du die anderen sehen, die nicht rein könnten, weil denen das zu teuer ist. Mhm. Und die kannst du dann halt angucken. So, das ist es. Ist doch gut. Aber das ist ehrlich gesagt ziemlich geil. Das ist ehrlich gesagt, wäre wirklich eine gute Idee. Weil es zeigt ja so, oder? Also natürlich, so die Deutschlandparabele, also da kommen nicht alle rein, kommen nicht alle rein hier in Deutschland. Wenn du genug Geld hast, kannst du gerne machen und kannst dir die anderen angucken, die nicht genug Geld haben. Ja, und dann machst du noch einen Pimmel drauf und sagst, boah, wir sind wieder wer hier, oder? Wir sind, man ist wieder wer. Ja. Ach, das ist, wie gesagt, das ist eine wirklich, ja, das ist eine wirklich gute Idee. Das ist meine offizielle Bewerbung für die Biennale. Okay, falls ihr die Biennale leitet oder jemanden kennt, der die Biennale leitet, gerne einfach in Kontakt treten, einfach am besten, ja, entweder über das Management oder direkt Instagram einfach. Nee, einfach über Instagram. Ach, ach, das sind doch junge, das sind doch junge, das sind doch junge, junge Kunstleute. Wahrscheinlich ist das eine 25-jährige Kuratorin, Chefin da von der Jury. Ich glaube, alle haben ihre eigenen oder so. Nee, ich glaube tatsächlich, das ist die Chefin von, also quasi Kunst, Bundeskunstchefin sozusagen. Und das ist im Moment Claudia Roth, glaube ich. Die ist, glaube ich, Staatssekretärin für Kunst und Kultur. Und dann sage ich mal, Claudia, hier, give me a call, einfach mal durchklingeln. Dankeschön. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das sollte klappen. Erinnerst du dich noch, was das Beeindruckendste war beim Thema Kunst im weitesten Sinne, was du jemals gesehen hast? Also gab es irgendwas, was du gesehen hast, wo du dachtest, okay, das heißt, das ist, okay, krass. Weil bei mir war es, es war nicht mal, ich würde nicht mal sagen, es war nicht Kunst. Also es war, ja, ist ja eher so, also eher so Ausstellung. Wir waren in, ich war in vielen KZs und ich war dann relativ jung, als ich in Dachau war. Und in Dachau ist es so, dass so in dem ersten Gebäude, dass es zwei Räume gibt, die auch verglast sind von außen mittlerweile, glaube ich, weil es immer irgendwelche Arschläger gab, die das gestört haben. Aber wo, in dem einen Raum gab es einen riesigen Berg mit Haaren, die abrasiert wurden damals. Und in dem zweiten gab es einen riesigen Berg mit Kinderschuhen. Und das war, also original, Kinderschuhe, die damals einfach dann, weil denen klar war, ja, also die brauchten die Kinder nicht mehr, weil die waren tot dann. Das war ein dermaßen krasser Anblick, dass ich das, glaube ich, bis heute das Krasseste ist, was sie, oder auch von der Idee her, also erst war ich geschockt und sowas und dann hast du das alles verstanden. Und trotzdem habe ich Tage später gedacht, die Idee ist so gut. Also, weil die Gaskammern in Auschwitz, ja, das ist krass zu sehen, ist alles bedrückend und sowas. Diese Listen, die geführt wurden, ja, ja, klar. Aber diese Schuhe, die da liegen, hat so viel ausgedrückt. Das ist, glaube ich, das Krasseste, was ich jemals gesehen habe. Also, ich habe die, ja, also, ich habe das neulich erst wieder gesehen und zwar nur, aber nur in einem Film. Ich glaube, das ist nochmal was anderes, wenn man dann davor steht, aber das war schon irgendwie sehr bedrückend. Es gibt doch diesen deutschen Film The Zone of Interest, der auch irgendwie Oscar, ich glaube, prämiert wurde oder eingeladen wurde. Ach so, ja, der aus dem, ja. So, es geht um eine Familie, die direkt am KZ wohnt. Die Familie des Lagerkommandanten. Die Familie des Lagerkommandanten, genau. Und die Frau, die dann da so, ja, so ein nettes bürgerliches Leben hat und der es da eigentlich ganz gut geht und ab und zu siehst gar nichts. Du hörst einfach nur die Schreie. Und es ist wirklich so, die ersten drei Minuten, wenn der Film losgeht, denkst du, also mein Kumpel, mit dem ich es gesehen habe, meinte so zu mir, es ist wie eine Achtermahnfahrt, weil du denkst sofort so, oh, fuck, jetzt kann ich auch nicht mal raus. Oh, ich habe gar nicht so Bock. Oh, ich habe gar nicht so Bock. Weil du kriegst so die ganze Zeit dieses beklemmende Gefühl. Du checkst natürlich sofort, was da los ist. Du hörst nur die Schreie ab und zu, aber auch nicht immer. Ich habe gehört, dass die ganz, ganz lange dran gefeilt haben, also die Filmmacherinnen und Macher, wie der Sound war. Also die haben wirklich ganz viel Zeit darauf verwendet, sozusagen authentische Soundkulisse zu machen. Also wie klingt das denn dann da? Und das ist wirklich, das macht dich einfach nur fertig. Aber genau, und ganz zum Schluss gab es so einen Gegenschnitt, aber wie sieht es heute aus und Leute, die quasi, die so Staubsaugen in diesen, ja, in den so Gedenkstätten. So und da, genau, und auch daran vorbeifahren an diesen, an diesen Bergen. Ja, ja. Ja, aber guck mal, so, so kann man das auch machen in dem deutschen Pavillon. Da musst du kein Raumschiff reinstellen. Nee, du brauchst keinen Raum, nee. War ich jetzt noch nicht, war ich nicht so überzeugt. Ja. Du, weißt du was? An der Stelle noch mal sagen, ich weiß nicht, ich kann das Leuten nur empfehlen, wirklich, wenn ihr so Zeug anguckt, ich finde, man darf da keine große Berührungsangst haben. Ich habe genauso wenig Ahnung wie ihr, ne? Ich mache das einfach gar nicht, gucke mir das dann an, ich unterhalte mich danach mit meiner Freundin drüber, wie fandst du das denn? Oft, sondern geht man halt bei, ich finde das halt super, weil das macht irgendwie so voll Spaß, dann geht man raus und sagt, ja, wieder Tücher, weißt du ja, wie ich sehe. Ne, war wieder Tücher? Und dann entdeckt man auch bei sich so komische Fables, ne? Weil so manche Sachen, die findet man dann aber auch immer ganz gut. So, ne? Wo man sich denkt, ah ja, das ist jetzt hier so eine komische, besondere Vorliebe von mir. Das geht ja irgendwie immer gut bei mir. Ja, also zum Beispiel dieses aus anderen Materialien was machen. Also zum Beispiel hier das mit diesen Mosaiken fand ich super. Ja, oder wenn du dann, weiß ich nicht, also ein Stuhl aus Brennnesseln oder so, irgendwie sowas, so kriegt man mich schnell. Ja. Weißt du sowas? Irgendwie so Quatsch, keine Ahnung. Ja, aber ich glaube, es ist auch das Alter, weil ich fange gerade wieder an, mir das anzugucken. Also ich habe jetzt jahrelang gedacht, ja, was soll das, was soll ich denn, ja, was soll das, wenn ich jetzt auf Tour bin, ich gucke mir auch nicht irgendwelche Sachen noch an. Und ich weiß nicht, ja, ich glaube, auch Hinnak Köhn war damit viel verantwortlich, weil er zwischendurch immer meinte, lass das doch machen, lass doch mal hier hingehen. Ja, und das ist irgendwie, auch wenn ich 80 Prozent von dem, was ich das hier Kopfschütteln hinter mir lasse, gibt es diese 20 Prozent, wo ich denke, ah scheiße, das ist schon geil. Das war schon eine gute Idee, muss ich sagen. Ja, absolut, und so ist es ja aber auch mit, so ist es, warum soll es denn mit Kunst und anderen Sachen, so ist es ja auch mit Menschen, so ist es mit Menschen, natürlich, so ist es auch, ja, also natürlich, mit den meisten Menschen auf der Welt, also bei den sieben Jahren sind wir nicht befreundet, so, oder so ist es auch mit Comedy oder so in unserem Bereich, so würden wir jetzt auch nicht die ganze Zeit sagen, oh geil, 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 sondern, nee, aber manchmal sind so geile Sachen, wo ich denke, ja, abgefahren ist, doch, und ich kann nur empfehlen, wenn ihr Bock auf sowas habt, geht immer mit Führung rein, mit der Führerin, mit der Führerin. Ja, auf jeden Fall. Das ist mal geiler, weil du manche Kunstwerke erst wirklich zu schätzen weißt, wenn du so ein paar Hintergrundinformationen dazu hast und dann auf einmal weißt, ah okay, also dieses Zelt, was ich jetzt hier gerade habe, aus den verschiedenen, aus diesen komischen wie Sitzgurten, das ist irgendwie eine modernisierte Version von einem indigenen Stamm, die machen da ihre Geburtsrituale mit und das ist jetzt hier gebaut als Zelt, so, da weiß man, ah okay, irgendwie abgefahrene Idee, gut, das sehe ich aber so nicht. Ich sehe dann einfach nur ein Zelt aus, aus Gurten, was soll das? Ja. So, und dann ist das geil, wenn das jemand weiß, und ich finde das ja auch immer so geil, wenn dann so Leute da mitgehen. Also man ist ja meistens nicht alleine und dann kommen dann immer noch so Leute mit und wie die so drauf sind. Und dann hast du ja auch immer noch den Führer und die Führerin und das ist ja nicht so, also die zeigen sehr viel von ihrer Persönlichkeit, die zeigen auch sehr viel, die sind sehr frei in dem, was sie da machen und was sie da erzählen. Und dann hast du da manchmal Leute, wo du denkst, ja, du hast ja richtig einen Narren gefressen an abstrakter Kunst, ne, da ist, da weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht so. Und dann gibt's da einfach Leute, dann ganz zum Schluss gab's so, okay, gibt's noch Fragen und dann sagte einer, also aus unserer Gruppe, ja, und zwar, wie finden das die Leute? Wie, also wie jetzt, also das Publikum oder, also was jetzt, die Biennale? Ja. Ja, und die Kritiker oder wer? Ja, so, alle. Und ich hab so gedacht, oh wow, oh nein, das ist irgendwie, also wenn man das so fragt, also wo will man hin mit der Freundin, möchte man dann gesagt bekommen, also ganz, ey, jetzt mal ganz ehrlich, wie soll ich das finden? Also wie, also, gib mir, gib mir was, gib mir was, mit dem ich arbeiten kann. Ja, genau, das heißt, ich bin überfordert, gibt's da eine andere Meinung, die ich jetzt einfach übernehmen kann, damit ich einfach nach Hause fahren darf. Ja, also ich müsste auch so was erzählen, ich hab hier gar keine Ahnung, also wirklich. Gib mir einen Satz, wie ich das finde, bitte. Komm, bitte, gib mir was zum Arbeiten. Du, ähm, Till, bevor wir jetzt hier fertig sind, lass uns doch nochmal eine Sache, du wurdest gebeten, eine Sache zu beantworten und die Person wartet da schon so ein bisschen drauf, ähm, ich glaube, es geht relativ schnell, ähm, aber wir haben eine Nachricht bekommen. Lieber Boris, ich hab da für dich und vor allem für Till eine sehr knifftige Frage. Gerade ihr als Nicht-Österreicher habt vielleicht einen objektiven Außenblick auf folgendes Problem. Es gibt in Österreich die Redewendung, er oder sie ist dumm wie fünf Meter Feldweg. Diesen Vergleich finde ich eigentlich sehr lustig. Jetzt bin ich aber auf das Problem gestoßen, dass manche auch sagen, er oder sie ist dumm wie drei Meter Feldweg. Daher jetzt meine Frage, sind fünf Meter Feldweg dümmer als drei Meter Feldweg? Also addiert oder potenziert sich sogar die Dummheit pro Meter Feldweg oder ist es umgekehrt? So wie bei Menschen, wo fünf dumme Menschen doch gemeinsam noch mehr wissen als drei dumme Menschen. Da meine Familie und Freundinnen dieses Problem nicht in voller Ernsthaftigkeit mit mir diskutieren wollen und die Tragweite dieser Frage nicht verstehen können, hoffe ich doch sehr, dass ihr als Fachleute euch dieses Problems annehmen könnt. Ich bin neugierig. Da muss ich ganz klar sagen, je mehr Meter Feldweg, desto dümmer. Tatsächlich. Das ist ganz klar. Also je länger der Weg, desto dümmer. Ja, absolut. Denn, also ich bin ja groß geworden auf dem Dorf, ich bin viel Feldweg gegangen und man ist gar nicht jetzt so im Austausch mit so einem Feldweg. Der Feldweg sagt einem gar nichts. Der Feldweg ist einfach nur da. Ja, der Feldweg sagt einfach nur, ja, hier könntest du laufen, ihr habt nicht so viel Bock, aber bitte. Das ist der Feldweg. So, weil es ist ja auch nicht so eine richtig gute, befestigte Straße. Es ist so, also hier könntest du besoffen mit dem Roller auch noch einen schönen Umfall erleben. Das sagt dir der Feldweg. Ja. Ja, hat sich mal, wer tot gefahren, aber wir haben nicht mal ein Kreuz aufgesteckt, weil es keine asphaltige Straße ist. Das ist der Feldweg. Hier ist schon einmal jemand gegen das Kreuz gefahren. So. Ja. Das ist ein Feldweg. Und da muss ich sagen, je länger man einen Feldweg läuft, desto blöder wird man. Meine Meinung. Ja, das stimmt. Ja. Deswegen ist, je länger der Feldweg, desto blöder ist es. Ja. Okay. Und dann habe ich, ich habe da letztes Mal schon vor erzählt, ich habe 22 Bahnen zu Ende gelesen. Dieses Buch, das du mir dann doch nicht empfohlen hast. Ja, richtig. Aber muss ich den Leuten sagen, geschrieben von Caroline Wahl, fantastisches Buch. Kannst du, wenn du nicht viel Zeit hast, brauchst du keine Woche. Wenn du schnell im Lesen bist, brauchst du ein, zwei Tage, kann man schnell lesen. Richtig gute, schöne, außergewöhnlich knackig geschriebene Geschichte. Sehr gut geschrieben. Also 22 Bahnen, merken wir uns. Sehr jung. Hat mich wütend gemacht, wie jung Caroline Wahl ist, 1995 geboren, sieben Jahre jünger als ich. Frech. Frech. Schon so gut schreiben zu können. Caroline Wahl, stimmt. Das ist die mit dem Pony. So merke ich mir das jetzt immer. Ja, sorry. Ja. Aber so kann ich mir die merken. Die hat so einen Pony. Haarste Pony. Die hat so einen ganz geraden Pony. Achso. Die habe ich neulich im Interview gesehen, fand ich auch sehr sympathisch. War ich auch ein bisschen eifersüchtig. Ja, ja. Weil die so jung ist. Ja. Die ist jung und schreibt schon so gut. Ja. Aber die macht... Das ist ja immer, wenn ich solche Bücher lese, denke ich, ja, dann lasse ich's halt. Also ich hab, ich hab ja immer noch in meinem Kopf, ich will ja immer noch... Ja, hast du schon gesagt, Murat, aber nein, Murat, nein. Es gibt Leute, es gibt Spätberufe. Aber jetzt, dann lasse ich's jetzt auch. Nein, aber du sammelst doch die ganze Zeit... Ja, aber das Problem ist, klar, aber das Problem ist, ich hatte ne Idee für einen Roman, und das ist aber eher so ein Coming-of-Age-Jugend-Roman. Die Idee ist komplett fertig, aber jetzt, weißt du, die hatte ich dann auch, als ich im richtigen Alter war. Jetzt hab ich die nicht geschrieben. Jetzt denk ich mir zwischendurch schon, ja gut, das schreib ich jetzt auch nicht mehr. Vielleicht kann ich die irgendwann einmal wenigstens hier präsentieren, und dann haben wir das hier wenigstens abgehakt, dann kann da jemand ne Serie draus machen oder so, aber ich schreib das dann nicht mehr. Und das war meine einzig wirklich gute Idee, die ich jemals hatte für einen Roman. Ja, okay, aber jetzt musst du dir erzählen. Ja, das dauert zu lange, mach ich nächste Woche. Ja, okay, alles klar. Nächste Woche dann die klasse Roman-Idee, also falls ihr gerade Schriftstellerin, Schriftsteller in der Krise seid und euch denkt, ich bräuchte mal wieder Inspiration, ab nächster Woche könnt ihr dann den Jahrhundert-Roman schreiben, Moritz Neumeyer gibt euch die Idee, aber dann bitte draufschreiben, das haben wir heute gelernt. Dann immer Idee, Moritz Neumeyer, Autor, Autorin könnt ihr dann sein. Super. So können wir das gerne machen. Und dann hab ich noch einen Sehtipp, einen ungewöhnlichen Sehtipp. Und zwar gibt's eine Spiegel-Reportage über die Davids-Wache auf der Reeperbahn. Ah ja, super. Klar, tausendmal gesehen in der Reeperbahn und sowas, aber gerade der erste Teil begleitet so einen, viel auch einen so einen Polizisten, der da seit Jahren schon arbeitet. Und da hab ich gedacht, okay, das ist einfach ein geiler Typ. Also ich hab sehr viel Vorbehalte gegenüber der Polizei, wie viele, glaube ich, die öfter mal Kontakt hatten mit PolizistInnen, die vielleicht nicht ganz so cool waren. Aber der Typ ist ein wirklich guter Polizist, muss man sagen. Also viele, glaube ich, auf der Reeperbahn sind das halt krass gewöhnt seit fünf Jahren. Die haben ein bestimmtes Klientel. Die haben natürlich einen Riecher für, ja, und den treffen wir ja nochmal wieder. Und das stimmt dann meistens auch. Und haben aber auch so eine gewisse Liebenswürdigkeit gegenüber diesen Leuten und lassen den Sachen durchgehen. Weißt du, dass du irgendwie denkst, ja, mein Gott, du bist einfach jetzt mega besoffen. Ich glaub dir das. Du bist hier völlig am zusammenbrechen. Ja, wolltest du nichts Böses. Weißt du was? Ist gut. Zieh Leine. Ist okay. Lass das Messer hier und jetzt geh nach Hause. Ja, ist wirklich schön. Wirklich schön zu sehen. Ah, das ist süß. Mit welchem Herzblut manche Menschen tatsächlich PolizistInnen sind. Okay, dann, ah, das ist doch schön. Also dann kann man, ist das was fürs Herz? Kannst du sagen? Das ist was fürs Herz. Ja, ja, ist halt immer noch Hip-Hop-Bahn mit dem Milieu. Aber ja, es ist was, wenn man aus Hamburg kommt sowieso, aber ich glaube, ja, es ist was fürs Herz. Es ist was fürs Herz, kann man sich angucken, ist auf YouTube wahrscheinlich. Okay, fantastisch. Boritz, wir hören uns nächste Woche wieder. Da vergiss nicht deine Roman-Idee, die will ich dann aber auch hören. Ja, bitte. Und wir haben weiter, nach wie vor viel zu besprechen. Gehabt euch wohl, schönen Sommerausgang oder wie sagt man? Ja, ist ja hoffentlich noch nicht vorbei. Kommt gut aus dem Sommer. Tschüss. Tschüss. Fritz ist eine Produktion des rbb.